Wind und Wellen bringen Forellen. Untertitelung des ZDF, 2020 Brutfisch ist unterwegs, die Seeforellenrauben, den ganzen Schwarm, das sind massenweise hier am Uferbereich, freuen sich die Möwen, das ist unglaublich, ich bin jetzt sechs Stunden am See, am Ufer entlang, am Watscheln, mit einem Fischkontakt, null, unglaublich, so geht's nicht weiter, aber was soll ich machen? Sämtliche Köder habe ich jetzt probiert, aber man sieht ja, Sonnenschein kommt jetzt wieder, ist zwar Wind, aber naja, weitermachen, weitermachen, werfen, werfen. Köderwechsel, probiere mal den, bis jetzt immer noch kein Fischkontakt, Kollege ist rechts von mir an der Seite, auch noch nichts, also weitermachen. Das ist er jetzt, da muss jetzt die 50er ran, hilft alles nichts. Ich bin am Kreuz, Dampfersaison ist ja auch schon, aber kein Wind. Es ist Musik Jawohl Musik Musik Ich schiebe diese E4. ein paar kleine See von jetzt 30 plus aber keine 60er aber okay Fisch ist Fisch man muss sich auch mit Kleinzeug zufrieden geben Sifu 2, wunderbar, wieder auf den schönen Köder, so muss es sein Nein man frei, hat natürlich auch wieder nicht das Schonmaß, darf natürlich wieder frei Tschüss Kowski Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018